Hallo, ich grüße Sie. Mit dem 2-in-1-Konzept hatte ich ja bereits ein gewinnbringendes, auf dem Inverted Classroom basierendes Kursformat vorgestellt. Mit dem FLOC-Konzept möchte ich nun einen weiteren Schritt in eine zeitgemäße Lehre gehen, die durch die Digitalisierung ermöglicht wird. Basis des Inverted Classroom Models, also der Integrationsstufe 2 der Digitalisierung der Lehre, ist die orts- und zeitunabhängige Inhaltsvermittlungsphase. Doch stimmen diese Attribute überhaupt? Ortsunabhängig? Naja, nur dann, wenn die Lernsysteme auch auf jedem Gerät zum Beispiel auch auf dem Smartphone laufen. Schaut man sich an den Hochschulen um, stellt man aber leider fest, dass die meisten Plattformen diesen Mobilitätsaspekt nur bedingt erfüllen. Aber mit Laptops geht's. Also Ortsunabhängigkeit, naja, okay. Und wie steht's mit der zeitlichen Unabhängigkeit? Zu jeder x-beliebigen Zeit? Auch nicht wirklich. In der klassischen Hochschullehre gilt seit jeher der Semesterrhythmus und darin der Wochentakt. Eine, je nach Lehrveranstaltung manchmal auch zwei Lerneinheiten pro Woche. Und irgendwie hat sich dieser Wochentakt auch in die digitalisierte Lehre eingeschlichen. Einmal Inhaltsvermittlung pro Woche. Nur innerhalb dieses vorgegebenen Taktes ist eine zeitlich unabhängige Inhaltserschließung durch die Studierenden möglich. Doch was passiert, wenn wir das aufheben? Spielen wir das einmal durch. Bisher gilt eine Lerneinheit pro Woche. Also bei 15 Semesterwochen 15 Lerneinheiten pro Semester. Und anschließend erfolgt die Abschlussprüfung. Nun flexibilisieren wir die Phase der Inhaltsvermittlung und bieten den Studierenden statt einer Wochentaktung einen kürzeren Fünftagestakt an. Als Konsequenz wären die Studierenden bei gleicher Inhaltsdichte bereits nach zehn Wochen mit ihrem Kurs durch. Und wenn wir die Taktung noch mehr beschleunigen, wenn wir zum Beispiel auf einen Dreitagestakt gehen, dann könnten die Studierenden schon nach sechs Wochen ihren Kurs beenden. Doch warum sollten sie das wollen? Ganz einfach, sie können auf diese Weise ihren Prüfungstermin vorziehen und somit die Gesamtheit ihrer Prüfungen pro Semester entzerren. Einziges Problem, die Präsenzphase. Hier müssen die Lehrenden mitspielen, denn bei verschiedenen Taktungen sitzen im Hörsaal verschiedene Kohorten mit unterschiedlichem Wissensstand bezogen auf die Inhalte des Kurses. Und diese Kohorten muss man in der Präsenzphase, die ja der Inhaltsvermittlung dient, zielgerecht bedienen. Wie schon im 2 in 1 Konzept bietet sich hier eine spezielle Sitzordnung für die einzelnen Kohorten an. Das hört sich kompliziert an, doch so groß ist die Herausforderung nun auch nicht. Bei drei Kohorten, einer sieben Tages-, einer fünftages- und einer Dreitages-Kohorte sind nur in den ersten sechs Wochen drei Kohorten in der Präsenzphase. Ab Woche sieben sind es nur noch zwei und die letzten Wochen kann man sehr intensiv mit einer Kohorte, nämlich mit der verbliebenen sieben Tages-Kohorte verbringen. In einem ersten Versuch mit dem von uns FLOG, flexibler On-Campus-Kurs getauften Kurskonzept. Im Englischen schreiben wir das dann mit CC, FLOG. In einem ersten Versuch können wir nur Positives berichten. Von den 99 Studierenden, ja es waren in der Tat 99, an unserem FLOG History of English wählten sechs Studierende den Dreitages-, 70 Studierende den Fünftagesrhythmus und 23 den normalen Siebentagesrhythmus. Es gab somit drei Prüfungstermine. Einen nach sechs Sitzungen bzw. Wochen, einen nach zehn Sitzungen und einen zum Semesterabschluss. Zusammenfassend ist das FLOG-Konzept ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Flexibilisierung der Lehre unter Beibehaltung einer intensiven Präsenzphase. Die Studierenden stehen diesem Format nicht nur sehr positiv gegenüber, sondern sie haben aktiv bei der Umsetzung dieses Formats mitgewirkt. Ein klar erkennbares Zeichen für den Mehrwert dieses Konzepts auf Studierendenseite. Für Lehrende ist dieses Konzept zwar herausfordernd und auch administrativ nicht ganz einfach, da man mehrere Kohorten im Blick haben muss und für diese auch mehrere Prüfungstermine organisieren muss. Nicht ganz einfach und übrigens auch ein Grund dafür, dass man es bei drei Kohorten maximal belassen sollte. Dennoch, das Konzept funktioniert und die speziellen Herausforderungen sind lösbar. In diesem Sinne, alles Gute bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.